Hallo, Deutsch Mittelstufe 4, Lektion 75, Untergeordnete Konjunktionen. Heute machen wir die koreanische Übersetzung und Erklärung zu unserem Lesetext. Sprachen lernen im Schlaf. Sprachen lernen, 쉽죠? Ono peyuda. Im Schlaf. Schlafen haltet Jada. Myungsa der Schlaf. Sumyeon. Also, 결국. Jammyeonso. Ono peyuda. Mythos. Namsung. Der Mythos. Realität. Die Realität. Dulta. Geniumgatsu. Nukkimurun. Naunika. Kwanza. Obseroteo. Also, 이거 그냥 신화. 아니면 진짜 이야기야. Mythos. Oder Realität. Gehört haben wir alle schon einmal von den geradezu sagen umwobenen Lernse des. Gabzagi 조금 어려운 문장이 나오는데. Wir alle haben schon einmal etwas gehört. Also, 우리 모두가 이런 이야기 한 번 어딘가에 본 적 있지? 이런 소식 한 번 들었지? Und den geradezu. Geradezu는 다음 이야기. 이 표현, 이 형용사이나 이 정도로 말할 수 있어. 또 쉽게 해석하면 완전히. Sagen umwobens. 이것도 다시 조금 긴 단어 있지만. 하나씩 하나씩 보면 D-Sage가 있어요. D-Sage는 D-Legend이랑 비슷하네요. 전설. Umwoben은 많다가 좀 의미가 있어. Also, 어떤 물건에다가 다른 물건이 많다. 결국은 전설적이다. 이렇게 가볍게 해석해도 문제가 없을 텐데. Also, 이런 너무 전설적인 Lernse des. 그래서 학습시디에 관한 이야기 우리 모두가 어딘가에 들었죠? 한 번. 네, 무슨 뜻이 돼스? Die man nachts, während man schläft. 그래서 잠연소, 밤에, abspielen soll, abspielen ist 재생하다. Also, 재생하라고. 왜요? 음소, 이렇게 하면. ohne jeglichen bedeutet, 하나도 없이 아무것도 안 한다 없어. Aufwand ist, wie 고생 oder 노력, eine neue Sprache zu lernen. Also, 노력, 하나도 없이 새로운 언어 배우기를 위해 이런 시디 잠연소 재생하라고. doch, es natürlich, aber, funktioniert das wirklich? 이런 약이 됐냐? 잘 됐냐? Spanisch lernen, im Schlaf, also 잠연소, Spano 배우기. Und ähnliches. ES ist immer, 개념화음이. 그래서, ähnlich 비슷하다. 개념는 명사되문에 대문자로 해야 합니다. Also, 비슷한 것은, Versprechen, die Titel, Versprechen, ist hier, 약속하다. 다시 헷갈리겠죠? Versprechen, nun, sichran가 지나올 때. Ich verspreche, mich, 사격, nun, 실수로 이상하게 뭔가 말하다. Aber, sich, 없이, Versprechen, nun, 약속하다. Mana, nun, 약속 말고, 어떤 행동에 관한 약속. Titel, ist wie Name, also, 제목, also, 이 시디 이름, nun, 이런 것을 약속하다. Hinter den gesprochenen Wörtern, Sprechen, halt, die gesprochenen Wörter, also, 누군가 그냥 announce처럼, 말하고 있는 단어들 und Satzteilen, 문장, 아니면 표현, 구, 뒤에, läuft, ist wieder wie 재생, leise Musik, 조용하게 음악이 부른다. 무슨 음악? 디디, 이 디디는 괜찮아요. 조금 신기하게 보이겠지만, 그래도, 첫 번째 디디는 광개문 용결, also, 디 Musik야기. Und 다음은, Informationsaufnahme, 이 구수는 디 Aufnahme, 때문에, 다시 디 노아에드. Also, Aufnahme von Informationen, 한 마리로 하면, 디 Informationsaufnahme. 어떤 정보가 우리 모리석이 부르는 얘기. Also, 이 음악 때문에, 조금 더 쉽게 우리가 여러 가지 정보, 모리석에 보낼 수 있어요. Meist는 많은 경우에, 이거, meistens랑 같은 느낌이지만, meistens는 말하기 표현, meistens 조금 더 딱딱하고 어려운 느낌이들어요. 이런, 왜, 저기, Cla execute, 점 turn,long,лю,돔 형상, 문장의 주제로 버전 입로end 쪽으로 불�sch concroup суп속 Estamos 일축으로써 걱정할 수 있어요. 안녕하세요. 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 auf ein höheres Niveau, also das Niveau, Dashi Prangso de Mone, Parum Chek, Hallo Shichakago und Hanashik Hanashik, Dange Olagamyo So, Oryo Leble Olaganda. Da diese passive Lernmethode in vielerlei Hinsicht praktisch wäre, also das Passiv, Sudong Tehalte Passivicho, Sudong Chokin und Haksuk Pangbobin, in vielerlei nun 여러 가지 다양한 Hinsicht ist hier wie 어떤 생각방식, 어떤 정면, 어떤 mimi, praktisch wäre, also Sugi가 편해, 실용적인 이야기, und wäre nun, Konjunktiv 2, 아직 확실한 이야기는 아니기 때문에, 아직 우리가 가정하거나, 상상하거나, 진짜라면, wurden mittlerweile, mittlerweile ist in der Zwischenzeit, also 구동한, einige ist, 여러 가지 Studien, Parum Chek, Tarede, Studien, 영구, Sua ist wie über, 관하여, 대하여, Weikung, 효과, des Anhörens, an ist immer wie 집중하다, also 집중하면서 듣기, von Fremdsprachen im Schlaf durchgeführt, also 결국 외국어 자면서도 듣는 이야기의 효과에 관한 여러 가지 영구를 구동한 했어요, 수행했소, 실시했소, durchführen입니다. Als Ergebnis, 결과로서, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht zu berichten. 조금 어려운 표현, Es gibt Deng, 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 Suu, Dongsa Zum Beispiel, es gibt etwas Leckeres zu essen, Mashinungo, issoyo Es gibt eine gute Nachricht, John Sosik, Ikunyang, issoyo Eine gute Nachricht zu berichten, also John Sosik, Bogo, Hanunyagiga, issoyo Und eine gute Nachricht, Pandemalschlechte Nachricht, also John Sosik und Nappun Sosik, Dulda, issoyo Die gute zuerst, Also 결국, die gute Nachricht zuerst, John Sosik, Munjo Wenn man sich bereits bekannte Vokabeln und Sätze über Nacht anhört, Über Nacht ist eigentlich Pam, Nene, also Tam, Tal, Shigan, Übernacht, Kölkogun 이미 우리가 알고 있는 오이, 그리고 문상들 Kölkog, 잠연소 Anhören Dutta, kann man sich diese besser merken, diese ist dann die bekannten Vokabeln und Sätze, also 이런 거 Bodat, Chokke, Bodat, Chal Pissuthan, Effekt, ist wie Wirkung, Chokwa Besteht auch, 이 Bestehen nun, 앞으로 많이 볼 수 있겠죠 Mongga, Itta, Hachiman Eine Möglichkeit besteht, eine Gefahr besteht, ein Effekt, eine Wirkung besteht 어떤 Gänyomi istsoyo Auch bei, 이 Bestehen nun, 여기서 Gyeong라고 생각합니다 Leicht, kapyokke, eingerosteten Sprachkenntnissen 여기는, 녹슨 같은 이야기, also 이 부분이, der Rost라고 해 Der Rost und Rosten도 있어요 Zum Beispiel, 이 Chol Das Eisen, das Eisen, das Eisen rostet Das Eisen rostet Leicht eingerostete Sprachkenntnisse ist dann 결국 조금 옛날 뭔가 배웠다 어떤 언어 배웠어요 잘했어요 근데, 오랫동안 이 언어 안 썼으니까 조금 까먹었다 잘 안나와 이제는 아직 있는데, 그래도 많이 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 까먹었어 Dann sagen wir, etwas ist eingerostet oder leicht eingerostet 이제 조금 까먹는 언어 능력 애경도 비슷한 효과 있어요 Nun, zur schlechten Nachricht Nun ist, jetzt also, 이제, 부터는, 지금은, 나쁜 소식이야 und 이 주어는 결국 가자고 also, 이제는 나쁜 소식이 가자 나쁜 소식에 관한 이야기 하자고 Völlig unbekannte Vokabeln, 완전히 모른다 너, kann man sich im Schlaf leider nicht merken Im Schlaf, 참윤소, 안작업게도 기억 못해 외울 수 없어요 Der Grund dafür ist simpel Also, der Grund für bla 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 어떤 이유 얘기죠 Simpel ist, einfach 간단하다 아니면 단순하다 Also, 이 이유는 단순합니다 Im Schlaf, 참윤소, werden keine neuen neuronalen Verbindungen oder, 조금 더 어렵게 하면 Noi, Ronen verbindungen Verbindungen ist immer 연결이죠 Also, 내 안에는 이 신경 연결 Schlaf nun, 만들다 Und, 여기 보시면 물건이 주워 때문에 수동 되죠 Es werden verbindungen, geschaffen 연결이 만들어진다 Und, 자면서 이런 거는, 이런 연결은 못 만드니까 어떤 새로운 지식이나 외울 수 없어요 Allerdings, Corona, Corona Allerdings 다음에 반드시 동사가 와야 돼 Werden, die schon vorhandenen, vorhanden ist, 다시 있어요 Also, 어떤 물건이 이미 있어요 Also, 이미 있는 이 연결 Verbindungen im Schlaf gestärkt 강하게 만들다 강화시키다 Und, genau deswegen 이거 다시 강조 표현입니다 바로, 바로, 그래서, ist es möglich, 가능하다 Bereits gelernte Ausdrücke, 이미 배워던 표현둘, abzuspeichern Speichern, abspeichern, 갖춘 이야기입니다 조상하기가 가능해요 Und, zudem, zudem, get다가 Also, au-sa-dem Ist, zudem, 똑같은 의미입니다 Und, zudem, die Aussprache zu verbessern 발음도 개선할 수 있어요 Ohne, bewusst daran arbeiten zu müssen An etwas arbeiten, 어떤 업무 처리하다 어떤 업무, 노력하다 어떤 업무를 하다 Und, bewusst ist immer, 생각하면서 Also, 의식적으로 이런 거 노력 안 해도 발음이 좋아지고 게다가 이미 알고 있는 이 단어들 조금 더 깊게 머릿속에 놓을 수 있어요 Und, arbeiten müssen ist eigentlich, 해야 되죠 열심히 해야 돼, 노력해야 돼 Ohne, 가 다시 미미상 부정 때문에 이렇게 안 해도 됩니다 항상 müssen und 문맥상 부정 조심해야 할 약이죠 In einer aktuellen Studie Aktuell ist immer 재신 Studie, das ist Junggu Also, 재신, Junggu Die, die es klar belegte Etwas belegen ist Wie beweisen oder nachweisen Ipchunghan-yagi Klar ist dann Wanjoni, also Myombek-hagi Wurden 60 deutschsprachige Also, Dogiro und Malhanun Also, 결국 Dogiro, Wonomin Studierende Studierende sind Studenten Rangatsun, Pyosun, Imnida Also, 대학생 Dazu aufgefordert Auf und dann ist immer Hera Also, myong-yong하다 oder 지시하다 Inen unbekannte Niederländische Also, Holland oder Niederländ Vokabeln zu lernen Also, 60 Dogiro, Wonomin 학생들 Hante 모르는 Niederland Und, Ui, Amgi Im wachen Zustand Anhörte Also, Ich bin wach Also, Geo innen Sanktero Dogatun Sidi Dutgo Isosso Ja, 다시 한번 조금 정리해보고 Also, die 60 Abfragen Ich frage euch ab Ich frage dich ab Sakyok Pyohyun Also, Sonsenimi Kantanhan Shihom Hakseenghan De Hanunggo Das ist Abfrag Die Teilnehmer Die Teilnehmer Die das Gelernte Im Schlaf gehört hatten Das Gelernte Peowodon Go Tamyeonso Durodon Tamgata Schnitten Bei dem Test Deutlich besser ab Bei einem Test Bei einer Prüfung Hyongyongso Abschneiden Bedeutet Songchok Ich schneide gut ab Ich schneide schlecht ab Schneiden Gwagohyun Geschnitten Abschneiden Manjoni Charuda Abgeschnitten Und Hier So Ansonen Orion Quagohyun Schnitten Ab Deutlich Nun Also A Und B Piggio Amion Kun Traiga Is Sosso Turiot Hage Anion Manjoni Tram Yonso Shidi Tut Go Is Don Hak Seng Turi Bo Da Chon So 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 Parada Obwohl Krom Edo Ful Bo Yagi Der Schlaf Entzug Entzug Is Wie Pu Mandu Nun Schlaf Entzug bedeutet Ich konnte Nicht Schlafen Jam Mott Assoy Der Anderen Gruppe Bei den Test Ergebnis Mit Ein Calculiert Wode Etwas Calculieren Geesan Hata Ein Es Min Nota Also 결국 Darun Gruppe An Satz So An Satz So Nika Kio In Un Sanktero Shid Dross So So Summen Shig Ani Pujuk So 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 Andere Gruppe Musste Wach Bleibun Also Pijon Ha So Pijon Hata Pijon Om Sanktero Zal Mot Buh I Sanktero Hattie 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 So 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 Is Dann Der Schlaf Suck Wode Ein Calculiert I So Hattie Hattie Kuro Mott Buh Hattie Gruppe A Gruppe Die Gäste Schlaf Hat Hatte Mehr Mehr Punkte. Deutlich mehr Punkte. Die besten Phasen. Die Phase ist immer dann gehende. Das ist immer die Phase für die Abspeicherung des gelernten. Das ist dann die Traumschlafphase. Das ist dann die Traumschlafphase. Das ist verspre жизнь. Dann die Traumschlafphase auctions soll garthassätn. Bizim die Traumschlafphase kann nichtźbonders 번호 werden. Das kann nicht weggeführt werden. Habe ich keine Zeit. Schottbonseyagi nun andenda. Onurun shigani obsoyo. Morgen aber schon. Morgen aber schon bedeutet Nel nun shigani issoyo. Onurun shigani obko Nel nun issoyo. Fazit, also das Ergebnis. Kyolon. Eine neue Sprache ganz unbewusst im Schlaf zu lernen ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einfach, um wahr zu sein. Also, 새로운 언어, 완전히 무의식적으로 자면서 배우는 것은 im wahrsten Sinne des Wortes. Also, 이 단어, 그 의미대로 zu einfach, um wahr zu sein. 이것도 정해진 표현. 이 이야기가 사실이라면, 만약 아주 간단한 이야기, 그래서 결국은 사실이 아니야. 이런 간단한 이야기, 세상에 없기 때문에. 그래서 만약 그냥 자면서 CD, MP3 듣고 언어 배울 수 있으면, 이런 좋은 이야기가 없지, 세상에. 근데 이런 좋은 이야기는 없으니까 거치말 이야기야. 불가능한 이야기. 다시 여기 보시고, AS, 형용사, nun 개념 거, 것이 되니까 대문자소에 대해. Um 노예스 zu 아-라는, also, 습득하다, 아-라는, 새로운 것을 습득하기를 위해, wird immer auch aktive Konzentration benötigt. Etwas wird benötigt, 뭔가 필요해, also, 활동적인, 집중이 필요해, 뭔가 완전 새로운 이야기 배우고 싶으면. unbewusstes lernen, also, 무의식적인 학습, also, im Schlaf, 즉, 자면서, 아니면, während, 자면서, während man mit etwas anderem, 뭔가 다른 거, mit 때문에, EM, 삼격우미 붙이면서, 다른 거, 이거 아까, AS, 음이 같은 느낌이지만, 개념 때문에, 다른 거, 때문에 대문자소입니다. und, beschäftigt sein, mit etwas beschäftigt sein, 뭔가 하고 있어, 어떤 이야기 때문에 바빠요. also, 자거나, 아니면, 뭔가 다른 일, 다른 뭔가, 하면서, 무의식적인 배우기는, ist aber, eine sehr gute Möglichkeit, 이런 이야기는, 완전 좋은 가능성보다는, 좋은 선택이야. also, 그냥 기계적으로, 능력적인 가능성보다는, 이렇게도 할 수 있어요. 이런 선택도 있어요. 무슨 이야기? 음, ohne, Zeit, oder, 에너기, Aufwand. Aufwand, 이시의 위, 수비, also, 시간, und, 에너기, 힘, 이런 거는, 안서도, passiv, 수동적으로, das bereits, bekannte, 이미, 알고 있는 거, 수비, 더홀, 복습하다, und, festigen, 신화하다, also, 든든하게 만드는 거, ist festigen. 그래서, 완전 새로운 이야기는, 배울 수 없지만, 어딘가에 우리가 배울 적이 있어요. 책 일거지 수업받았다, 똑같은 이야기, 잠연소 다시 그냥 하면, 신화이 가능해요. 든든하게 복습할 수 있어요. 이거 좋은 이야기입니다. 수고하셨습니다. könnt ihr jetzt alles verstehen? wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch, beim Schlafen, dieses YouTube-Video, euch nochmal anhören. vielleicht könnt ihr dann, besser Deutsch verstehen. keine Ahnung, 나도 몰라요. 그래도 적어도, 여기서 나왔던, 새로운 표현문법, 다시 한번 복습하시고, 다음 동영상에서는, 표현년습, 수비연습, 다시 열심히 해봅시다. Danke festozen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. sensing cool 음악, ba 건축, bae soothe, da護有, bae soothe, 미안해daakap, 가지 Frankie that are. is killed,